Guten Tag, Mittag oder Abend. Egal wann ihr das schaut, aber ich bin die Kartoffel. So, dies ist mein erstes Display, deswegen wollen wir nicht rumtrödeln, sondern fangen gleich an. Oh, hier hab ich noch ne Testwild. So, die nennen wir, ja, nennen wir Let's Play. So, wir spielen Standard. Alles an und so. Puh, Weltgenerator. Was nehmen wir denn da? Am besten ist, wir nehmen YouTube. Mal gucken, was da rauskommt. Und los geht's. So, also, ich hatte vor, dass wir die Welt auf leicht spielen, damit wir was bauen. Und währenddessen, äh, huch. Äh, und währenddessen, ähm, doch die Monster schlachten können. Oh, warte. Muss ich erst mal einstellen. So. Jetzt geht's aber los. Huch. Lackt ein bisschen rum. So. Ja. Wie schon gesagt, mein erstes Let's Play auf YouTube. Ich bin ganz neu. Ich hoffe, die Sachen, die ich hier mache, gefallen euch. Ich hab natürlich noch viel andere, äh, Spiele vor, mit denen ich, äh, was, was, nein. Ich hab's noch viel mehr vor. Und ich hoffe, dass ich auch, äh, Gefallen an YouTube finde. Also, an euch. Die Gefallen an mir finden. Ja. Minecraft wird ziemlich oft Let's Played. Ich Let's Play es, äh, weil es mir am meisten Spaß macht. Und kann ich auch am besten dazu viel sagen. Viel zu... Sagen. Bäh. Versprechen. Huch. So. Dann gucken wir mal. Ja. Ich spiele auf der Version 1.8. Dann lass mal erstmal ein paar... Schafe finden. Ich bin nicht der beste Spieler. Das muss ich erstmal vorab sagen. Also, nicht gleich rummeckern, wenn ich was falsch mache oder so. Ja. Lauf ich mal. Ganz normal. Hm. Oh, wie süß ein Hase. Hm. Hm. Puh, 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 puh. Oh, noch ein Hase. Hm. Was? Oh. Was kann ich denn noch dazu sagen? Wie schon gesagt, von Anfang an schon das dritte Mal jetzt. Ich bin neu. Ich bin neu. Und jetzt hat sich aufgehängt. Nein, jetzt auch nicht. Okay. Ähm. Ich bin neu. Deswegen... Habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Ich kann das nicht so gut... ...mit dem moderieren. Aber... Darum bin ich ja hier und fang's an. So, ein bisschen. Gras. Klatschen. Ah, da haben wir was. Genau, die Brüche. Also, für's erste spiele ich jetzt mal ohne Mods, damit ich immer gucke. Wenn ihr welchen wollt, dann könnt ihr's ruhig in die Kommentare schreiben. Ich guck mir das alles an. So, müsste reichen. Jetzt brauche ich irgendwelche Schafe. Weiß. Ich klatsche jetzt mal ein paar Kühe. Bessere Idee. So, jetzt basteln wir uns erst mal ein Schwert. Verdammt. So. Jetzt werden Kühe geklatscht. So, jetzt bist du dran. Damit wir auch was zu futtern haben. Das Ding kann schweben. Ist ja süß. Oh, schade. Bringt leider nix. Also, nix essensmäßig. Ja. Klatsch, 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 klatsch. So. Ach du Kacke, sind hier viele Kühe. Ist ja nicht mehr normal. Das ist ja abartig. Abartig. Eine Schlucht haben wir auch. Wird ja aber besser. Das ist ja abartig. Autsch. So. Ist es ja. Klatschen wir einfach die ganzen Kühe. Hey, stehen geblieben. So. Kriegen hier ordentlich Fleisch. Das war gut so. Das könnten wir gut gebrauchen. 35 und da sind noch mehr Kühe. Das ist ja gut. Aber die lassen wir erstmal. Ich würde sagen. Hier ist ja eigentlich ein gutes Plätzchen, aber zu wenig Holz. Gehen wir mal weiter. Hier sind sie aber bei allen. Die Sonne geht unter. Dann haben wir ein Problem. Hier wollen Kühe. Schafe wäre nicht schlecht. Wie schon gesagt. Überall nur Kühe, aber keine Schafe. Das habe ich auch noch nie erlebt. Hm. Hoch. Nichts. Nee, nee. Wir brauchen dringend Schafe. Gar nicht gut. Aber beim Sumpf gibt es immer Schafe. Das ist gut. Au. Ja. Fush. 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 Hm. Hm. Ja. dann habe ich mir als erstes vor gehabt also eine kleine hütte in den berg reinhauen über so einen wald hier da der berg ist ziemlich gut wenn wir da eine hütte rein basteln haben wir immer gut genug holz